Hinter mir sehen Sie das Gebäude Kaiserstraße 39. Hier befinden sich mehrere Ämter der Stadtverwaltung, wie zum Beispiel das Bürgerbüro. Die Stadtverwaltung nennt das Gebäude Kaiserpalais, wegen der Lage in der Kaiserstraße. Für alte Offenbacher ist es das Goldpfeilgebäude. Aber woher kommt dieser Name und was bedeutet er? Goldpfeil war der Name einer alten Offenbacher Lederwarenfirma. Offenbach war früher als die Stadt der Lederwaren bekannt. Auch heute wird sie noch manchmal Lederstadt genannt. Sehr viele Betriebe aus der Lederwarenproduktion hatten hier ihren Sitz. Und zehntausende Beschäftigte haben in diesen Betrieben, Fabriken und bei ihren Zulieferern gearbeitet. Lederwaren aus Offenbach waren weltweit bekannt. Noch heute zeugt nicht weit von hier das Deutsche Ledermuseum von diesem einstigen früheren Glanz. Die Ursprünge der Firma Goldpfeil reichen zurück bis ins Jahr 1856. Das Gebäude hier hinter mir wurde in den Jahren 1911 bis 1913 erbaut. Das war kurz vor dem Ersten Weltkrieg, der 1914 begann. Damals arbeiteten hier bereits über 1000 Beschäftigte. Die Firma Goldpfeil war die angesehenste und bekannteste unter den vielen Offenbacher Lederwaren betrieben. Hauptsächlich wurden hier Taschen hergestellt. Hier sehen wir eine Auswahl von Taschen aus der Produktion der Firma Goldpfeil. Diese werden heute im Deutschen Ledermuseum aufbewahrt. Zu erkennen ist auch der goldene Pfeil, das Firmenlogo der Firma Goldpfeil, daher auch der Name. Die meisten dieser Taschen wurden von der Firma in das Ausland verkauft. Der zweite Weltkrieg war ein tiefer Einschnitt in der Firmengeschichte. Fast alle Fabrikationsgebäude wurden durch Bomben zerstört. Auch hier in der Firmenzentrale gingen einige Bomben nieder und im Inneren brannte alles vollständig aus. Nur die schöne Fassade blieb erhalten. Nach dem zweiten Weltkrieg knüpfte das Unternehmen schnell wieder an die alten Erfolge an. 1948 war das Firmengebäude wieder aufgebaut. Und noch in den 1970er und 1980er Jahren, als die meisten Offenbacher Lederwarenbetriebe längst aufgegeben hatten, eröffnete die Firma Goldpfeil noch eigene Verkaufsläden in Beverly Hills und New York. In den 1990er Jahren war die Lederwarenindustrie in Deutschland und in Offenbach fast vollständig untergegangen. Nun wurde auch die Firma Goldpfeil als eine der letzten Lederwarenbetriebe in Offenbach von diesem Abwärtstrend erfasst. 1998 erfolgte die Fusion mit der Egana Gruppe zur Egana Goldpfeil Holding mit Sitz in Hongkong. Die Europazentrale des Konzerns verblieb hier in der alten Offenbacher Firmenzentrale. Aber nur zehn Jahre später musste Egana Goldpfeil für sein Europageschäft Insolvenz anmelden. Und bis 2009 wurde die Firma vollständig abgewickelt. Jetzt befinden wir uns hier im Innenhof hinter dem Goldpfeilgebäude. 2018 zog das Bürgerbüro der Stadt Offenbach in diese alte Ausstellungshalle hier ein. Und im gleichen Jahr das Haus des Jugendrechts in die alte Firmenzentrale, in das alte Vorderhaus. In den folgenden Jahren zogen dann auch noch das Umweltamt, das Stadtschulamt und Teile des Sozialamtes und hier unten im Erdgeschoss das Servicebüro der Energieversorgung in das alte Goldpfeilgebäude ein. Für weitere Informationen zu diesen Einrichtungen klicken Sie einfach auf die Links hier unten in der Videobeschreibung. Möchten Sie mehr erfahren über die Firma Goldpfeil oder die Offenbacher Lederwarenindustrie? Dann schauen Sie auf der Homepage der Stadt Offenbach. Dort haben wir viele Informationen für Sie eingestellt. Ans Herz legen möchte ich Ihnen auch einen Besuch im Deutschen Ledermuseum hier in Offenbach. Viele spannende Orte aus Offenbach und der ganzen Region zu unserer industriellen Vergangenheit finden Sie entlang der Route der Industriekultur. Auch die alte Firmenzentrale von Goldpfeil ist eine Station auf dieser Route. Neugierig geworden? Alle Links finden Sie unten in der Beschreibung des Videos. Das war es zum Goldpfeilgebäude. Vielen Dank für Ihr Interesse. Alle zwei Wochen stellen wir hier neue Videos ein mit Informationen zu Gebäuden und Orten in Offenbach. Schauen Sie wieder vorbei. Servus, die